Du brauchst eigentlich gar keine Unterhaltung, das ist auch toll. Fischer. Jäger. Träger. Und so gut hat jetzt der Bauarbeiter hier. So, unsere Träger und Lebenssammler schlafen gerade. Werde ich gerade einmal rausfinden, bin wer sich als erster Holzwerkzeug genommen hat. Der Lebenssammler. Bonusgegenstände. Sagen Sie früher dafür, dass Ihre Winkinger zumindest mit Holzwerkzeugen arbeiten können und die Frauen Geschirr haben. Mit den Werkzeugen steigern Sie die Produktivität der Arbeiter, während das Geschirr in den Häusern, wo eine Frau wohnt, direkt die Nahrung verdoppelt. Wohnhäuser und Frauen. Kurzwege zum Textanfang. Platz schaffen. Naja, Kundschafter kann Bäume roden, genau. Es ist oft nicht nötig, jede Arbeitsstelle zu besetzen. Oft ist es effizienter, dass ein Arbeiter nach dem nacheinander mehrere Waren herstellen lassen. Ja, bauen Sie dafür die verschiedenen Arbeitsstelle da zusammen und die wohnt des Arbeiters irgendwo in der Mitte davon. Ja. Und wir haben einen Werkzeugschreinermeister. Angriffstaktik. Greifen Sie sich zuerst mit einer Truppe von Bogenschützen an, die dem Gegner viel Schaden zufüllen. Schicken Sie erst dann Ihre Schwerträger oder Schwertkämpfer ins Gefecht. Sind Feinde in der Nähe, sollten Sie in Richtung des Feindes ein oder mehrere Verteidigungstürme errichten und diese mit Bogenschützen besetzen. Oder eine Welle von Gegern, andeuten Sie zusätzlich die Alarmglocke hinterlaufen, als Sie besitzen zusätzlich in den Turm, was die Verteidigungskraft deutlich erhöht. Ja. Und so weiter und so fort. Arbeitsbereiche zuweisen. Und wir haben den Töpfer fertiggestellt. Dann können wir ja uns einen Bauarbeiter schnappen und ihn zum Nebenarbeiter umfunktionieren und dann... ...in der Töpferei arbeiten lassen. Wobei wir eigentlich ihn gleich befördern könnten zum Töpfer und ihn die Töpferei schicken können. So, der bringt Holzwerkzeuge ins Lager. Weil ich glaube, das Maximum ist 5 Holzwerkzeuge. Oder? Nö, 20. Aber jetzt dadurch, dass wir ein Holzwerkzeug, einen Schreinermeister haben, oder Werkzeugschreinermeister, sogar mit Holzwerkzeug, produziert er viel besser Holzwerkzeuge. Sven wartet in der Schule. Lebenssammler, bitte. So, dann gucken wir mal auf unsere... Ja. Erwirtschaftung. Holz geht langsam, weil wir ja auch viel Holz zum Bauen verbraucht haben und für den Werkzeugschreiner. Leder steigert sich von selber sehr gut. Das heißt, wir müssen uns nur um die Nahrung kümmern. Das machen wir mit einem Händler. Der zwischen dem Lager von unseren verbündeten Eskimos und unserem Hauptlager hin und her fährt. Und Holzwerkzeug gegen Nahrung tauscht. Da wir ja schon mal Holzwerkzeug hier drin haben. Und er sowieso nicht mehr als 10 Einheiten transportieren kann. Kommt er immer mit einem Holzwerkzeug hingefahren und mit 7 Nahrung zurück. Wir könnten natürlich noch den Weg steigern, die Geschwindigkeit steigern, indem wir ihm eine Straße bauen. Aber das ist erstens nicht nötig und zweitens... Naja gut, wir hätten hier Stein, das wir abbauen könnten. Allerdings brauchen wir nicht unbedingt so Geschirr ist in der Mache. Sie holt sogar schon Geschirr ab. Feinste Töpferware. Wenn wir hier sagen können, habe ich mehr als 5 im Lager. Denke ich mal, oder? Tipps und Tricks. Steht das hier zufällig? Kurze Wege, Platz schaffen, Träger, Lager, Straßen, Arbeiter, Arbeitsbereiche. Steht hier leider nicht drin. Ah ja, stimmt. Man sagt ihm, wie viel er produzieren soll. Er produziert es und dann hört er auf. Sobald er bei 0 ist. Naja, so viel Holzwerkzeug brauchen wir ja nicht. Auch nicht im Hauptlager. So, unser Händler kommt gleich an. So. So, jetzt kommt eine der interessanten Sachen. Er ist hungrig und sucht Nahrung. Er hat einen Haufen Nahrung in seinem... Ähm... Ja... In seinem Karren, der jetzt unsichtbar ist. Das ist auch nämlich ein lustiger kleiner Bug von diesem alten Spiel. Wenn er auf Nahrungssuche ist, läuft er jetzt ohne Karren den ganzen Weg zurück. Bis er Nahrung gefunden hat. Wenn er nicht unterwegs welche findet. Was unwahrscheinlich ist. So, wir haben Leder. Fehlt nur noch Holz. Und Nahrung. Ja, hat die gewischte Warenmenge hergestellt. Das ist gut. Nahrung und Leder wird alles hergestellt. Und auch Geschirr. Man sieht, hier ist jetzt Geschirr drin in den Häusern. Jedenfalls in dem Haus. Und in dem Haus auch. Dadurch wird die Nahrung halt effektiver, wenn die Leute sie essen. Ja, und er ist den ganzen Weg zum Fuß nach Hause. Ich hoffe mal, er kommt rechtzeitig an, bevor er verhungert. Aber sieht gut aus. Er sollte hier drin im Lagerhaus Essen finden. Das interessiert mich übrigens gerade. Ah ja, Vorratszelt. Kann 100 Ware tragen. Ein Lagerhaus. Kann 200 tragen. Wer hat einen Vorrat, sich ein Lagerhaus auch verteidigen kann. Ein Lagerhaus, äh, ein Vorratszelt jedoch nicht. Und das Hauptlager. Und das Hauptlager. Wo ist es denn? Hauptlager. Da gibt es auch drei verschiedene Varianten. Einmal das Schiff, wie wir es hier haben. Dann ein zentrales Langhaus, mehr oder weniger. Und auch so eine Art Lagerzelt. Kann sich gegen Angreifer verteidigen. Hm. Ah ja, da wir im Augenblick ein Lagerhaus und ein Hauptlager haben. Und mich gerade mal noch interessiert, wie viel wir im Hauptlager eigentlich lagern können. 200 Stück pro Ware, genau. So, unser Händler hat gegessen. Jetzt schläft er eine Runde. Leider kann ich Händlern nicht sagen, dass sie noch mal öffnen sollen. Da wäre es fast schon praktisch, einem Händler direkt neben dem Haupthaus ein Zähl zu bauen und ihm zu verheiraten. So, Holz kriegen wir auch langsam rein. Federt, wie gesagt, nur noch die Nahrung. Ja, ich könnte fast mal wieder ein bisschen mehr Dampf geben. Ich könnte jetzt sogar schon Drei-Familien-Häuser bauen. Und wir haben einen Töpfer erfunden. Yay. Hm. Na gut, unser Händler müsste unterwegs sein. Der kommt jetzt auch wieder an. Dieses Mal mit mehr. Jetzt pennt er eine Runde. Unsere Nahrung geht hoch. Wir haben auch das Holz, was wir brauchen. Na gut, unser Händler ist. Wir haben jetzt auch noch ein Zwei-Familien-Haus bauen. Na gut, unser Händler ist. Und ein paar Leute umsiedeln. Das würde helfen. Wir können sogar ein Drei-Familien-Haus bauen. Aber das wäre ein bisschen zu groß. Zwei-Familien-Haus muss reichen. Dafür brauchen wir auch drei Holz, zwei Stein und ein Weizen. Holz, daran soll es nicht scheitern. Am Stein auch nicht. Und am Weizen erst recht nicht. Er schiebt fleißig seinen Karren. Dann kann ich nämlich hier den Werkzeug machen und hier den Töpfer einquartieren. Und den Händler kann ich hier einquartieren. Dann hat er nämlich da einen Ort, an dem er essen kann. Und schlafen. So, unser Fischer kriegt langsam Probleme. Er hat nämlich gar nichts mehr im Zelt. Unser Jäger dafür kriegt doch noch recht guter Nahrung zusammen. So, unser Händler ist wieder unterwegs. Das heißt, unser Werkzeugschreiner zieht auch in das Haus um. Und unser Töpfer zieht in das Haus ein. Das ist ein bisschen praktisch. Man braucht nämlich nur ein verheiratetes Paar pro Haus. Ja, auch wenn wir immer noch sehr viele Obdachlose zu beklagen haben. Naja gut, es geht dann, es geht, was die Obdachlosen angeht. Hauptsächlich Träger. Der Nebensammler könnte noch ein Haus gebrauchen. Aber ansonsten sieht ja eigentlich alles recht gut aus. Haben wir nur noch einen Bauarbeiter? Habe ich alle anderen geschult? Ja, Tatsache. Okay. Naja, einer dürfte im Augenblick auch ausreichen. Wir müssen ja nicht mehr sehr viel mehr bauen. Neb dem Wohnung Nummer 2, neb dem Wohnung Nummer 1. So, unser Bauarbeiter ist wieder müde. Geben wir mal mehr Ausdauer, dann geht das auch schneller wieder. So, was sagt unsere Nahrung? 77. Wir nähern uns langsam der 10-Graden. Ja, unser Händler hat immer noch keine Unterkunft. Wo ist er eigentlich gerade? Ja, und da du nichts zu tun hast, kriegst du einen neuen Arbeitsplatz, dann kannst du hier arbeiten. So. So, du wartest auf Holzwerkzeug. Jetzt hast du Holzwerkzeug. Gut. Und wenn du das nächste Mal zurück bist, kannst du hier drin schlafen. Warte essen. So, wie du auch. 15 Nahrung. Und hier 11 Nahrung. Ja, also an Essen dürft es nicht mangeln. Ja, jetzt hat sie wenigstens sich schon mal den Bauch voll gehauen. Wird das nicht so sein, da unterwegs? Hier sind überall Bären und alles im Weg. Ja, unsere kleine Siedlung floriert. Das ist unser kleines Dorf, das wir vorbereitet haben für den Weg nach Amerika. Ich könnte jetzt zwar noch einen Tischler und einen Schuster bauen, aber Steinmetz brauche ich eh keinen. Ich meine, wir können uns ja mal die Statistiken angucken. Verschiedenes Waren, was wir so haben. 44 Leder, 42 Holz, 81 Nahrung, 7 Weizen, Wo war jetzt gerade Nahrung? Steigt langsam an. Weizen sinkt, weil wir es verbrauchen. Holzwerkzeug sinkt auch, weil wir es verbrauchen und nicht mehr produzieren. Geschirr steigt, ja. Unser Lehmarbeiter bringt fleißig Lehm und wir machen auch fleißig Geschirr draus. Ja, und sie ist erstmal ordentlich am Kochen.